Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele mal wieder eine neue Runde infiziert und ich wähle mal die Map Resistance aus und hoffe natürlich, dass diese Map auch genommen wird. Wenn nicht, ist es natürlich auch nicht schlimm. So, jetzt wird gerade ein Spielereintritt für mich gesucht. Jetzt haben wir das auch gleich geschafft. So, ich versuche bei Spiele beizutreten, 2 bis 9. Und da sind wir schon. Wir spielen Infizierte Müsse vs. Striker auf der wunderbaren Map Dome. Und ein kleiner Tipp nur für euch. Die Standardklassen umfassen Objekte, die in höheren Levels freigeschaltet werden. So sehen Sie, was Sie noch erwartet. Vielen Dank. So, das Spiel ist hier natürlich auch schon im Gange. Und wir haben gleich den ersten Kill. Naja, der Kill wurde leider geklaut. Bei der Map muss man richtig aufpassen. Man weiß nie, wo sich die ganzen Leute verstecken mit Zombies. Weil es sind natürlich schon... Es ist schon eine große Menge an Zombies im Spiel. Aus diesem Grund muss man da echt aufpassen. So, jetzt haben wir hier den ersten Killer erzielt. Natürlich mit der Striker. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Jetzt wurden wir natürlich infiziert von Tupac. Shakur persönlich. Das macht gar nichts. Wir können nämlich die anderen auch so ausschalten. So, jetzt muss ich... So, ich muss mal niesen. Sorry. Oh. So, das Gute ist, dass ich jetzt weiß, wo sich der Feind befindet. Und jetzt kann ich ihn einfach mit dem Messer ausschalten und... 400 Punkte infiziert. Wunderbar. So, das ist mein Taktik-Einstieg. Den nehme ich mal weg. So. Jetzt markiere ich mir einfach den Taktik-Einstieg in dem Raum hier. Exakt hier. Ne, den nehme ich auch mal damit. So. Jetzt wird gerade ein neuer Haus gesucht. Das kann natürlich auch mal wieder dauern. So, es geht schon wieder weiter. Das war nur eine kleine Unterbrechung. Wir folgen jetzt einfach diesem wunderbaren roten Punkt hier. Da hinten sind die ganzen Feinde. Oh. Aber die werden natürlich gleich auch überrannt werden. So, da oben haben sie sich versteckt unbegreifend an. Und der Sniper hat keine Chance. Und ihr seht schon, ich fliege da runter. Boah. 250 Punkte infiziert. Tut mir leid. So. Markieren. Und nach oben. Der da oben, der bettelt alle weg hier. Warum tut da keiner was? Da muss man jemandem was tun. Aus dem Grund tue ich jetzt mal was. Anlegen. Das ist aber echt ein... Das ist echt ein Schwein. Also sowas tut hier. Geht nach oben. Jetzt greifen wir einfach von hinten an. Los geht's. Nach oben. Oh. Das ist ja richtig gemein. Das ist... Wir haben noch eine Minute 48, das hier alles zu regeln. Und jetzt greifen wir an. So. Er hat keine Chance. Immer wieder Tableteinstieg. Nehmen. Und... Das versuchen wir gleich nochmal. Oh. Und wir haben trotzdem einen Sieger zählt. Delta wurde eliminiert. Spielbonus 832 Punkte. Es steht 14 zu 0. Und jetzt schauen wir das letzte Intro an. Das müssen wir uns auch anschauen. Zack. Da hilft die Kugelsichere Weste nicht. Bei einem Messer. So. Das war's dann auch schon wieder. Das war eine kleine Runde infizierte Messer versus Striker. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. See you later. Alligator. Ciao.